Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dog Gamble. Jetzt ist das Spiel Jenga an die Reihe. Deutschland gegen Indonesien. Und wer wird gewinnen? Es steht 5-5. Letzte war ganz spannend, das Memory. Da haben wir ja Besuch gehabt. Also schaut das nochmal an. Macht auch YouTube, ja? Dana? Dana Slives. Auf Indonesisch allerdings. Okay. Christian macht kein YouTube. Nein. Gut. Dana Slives. Und Kloakke Batak di German. Kloakke Batak di German. Okay. Oder? Bataks Clans. Bataks Clans. Oder? Batak di German. Okay. Das sind alle Clans. Ich kann sie ja nochmal alle reinschreiben, wenn ihr wollt. Zack. Wer Interesse hat, wenn einer das Video sieht. Okay. Let's go. Lana. Ich habe Dodo. Wir haben 5-5. Obwohl ich habe letztens gewonnen. Du musst anfangen, ja? Verlierer fängt ja mal an. Um drauflegen. Genau. Das ist nicht gerade drauf. Ich mache das. Klar. Ich habe gemütlich. Ich bin dran. Schweiß. 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 Sebastian. Ich bin dran. Indonesia. komm mal, ich ziehe den hier raus ok den ausziehen oh 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 oh, das war ein lockerer komm, so ist er noch locker komm 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 Nein Nein Oh Das geht Oh Oh Ich habe zu schwackeln Nein Wir spielen die leichte Regel Man darf Probieren welcher raus geht und welcher nicht Außer wenn er schon halb Bisschen raus gedreht ist Dann muss man den nehmen Ansonsten Probieren Der bewegt sich ja gar nicht Ja Ja Nein Der fällt um Nein doch nicht Warte 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 Nein Ich glaube der ist locker Weil der ist gerade so rüber gegangen Ja Nein Oh Oh Ich bin dran Oh 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 Hey nicht mit vier Fingers Ich bin dran Ich lass doch mal los Aber es sind alle fest Tja Ich habe einen gefunden. Also die Reihe ist so, alles fest, nur noch in dieser Reihe gibt es welche. Ah, das ist schon halb, die muss ich jetzt nehmen. Warte, ich schiebe ihn ein bisschen weiter rüber, dass ich da Platz finde. Man darf nicht pusten, sonst fällt er um. Oh, scheiße. Kippt er noch? Nein? Nein. Welchen soll ich nehmen? Heile fest! Heile fest! Heile fest! Ja, ich gewinne! Heile fest! Heile fest! Heile fest! Heile fest! Heile fest! Heile fest! So, das war jetzt das Spiel. Wie ist das nochmal? Stacking Game? Stacking Game? Oder, ich glaube, Jenga war das. Ich schaue nochmal nach. Ich denke, Jenga war das. Jenga? Oder Jengkok? Jengkol! Jengkol! Und dann haben wir alles weggerotzt. So, jo! Das war's. Spießende. Ein Sieg für Deutschland. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schaut vielleicht mal bei den anderen Kanälen rein, wenn ihr wollt und Indonesisch versteht. Hahaha! Ansonsten viel Spaß und auf Wiedersehen! Tschuuu! Tschüss!